Beziehungsweise frage ich mich, wie eine 10,0 aussehen muss, wenn sie hier eine 9,6 geben, aber die Kampfrichter werden da bestimmt eine Antwort haben. Ja, und hier Isiah Drake am Sprung für die USA. Ja, auch er mit einem tollen Sprung, der gleiche Ausgangswert wie davor von Ryo Sukodoi, aber er mit einer Radwende auf den Tisch und einer 2,5 Schraube, den sogenannten Kasamatsu mit 1,5.